Das war Slam! Wir sind wieder und heute machen wir mal einen Second Fluster mit dem Marco. Er steht uns hinter der Kamera. Und, ja, alleine ist nicht ganz so viel hier. Wir machen mal genau, oder? Ja! Wir machen jetzt auch mit Schnuck, Knack, Schnuck. Okay. Ich muss auch fangen. Ja und, bis gleich, wir sehen uns. So. Wir machen jetzt, ähm, der Moritz fährt von der Garage am Aum. Also, den Randkoll eigentlich. Und dann fährt er der Uli, Starkhofen-Aufi, also mit Schnettnacken. Dann, wieder mal, er fährt er mit dem Vorderrand. Also, mit dem Hinterrand. Er macht er so einen Hinterrand, besetzt ihn auf den Stadern kurz auf ihn. Und dann, und dann von der Wiesn rein, muss er mit dem Vorderrand einig kommen. Und dann ist es so, rund, äh, drei Versuchen, äh, zwei Versuchen. Also, das macht Spaß. Ja, fahr mal auf hier. So. 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 Eins, zwei, drei, los. Okay, er kommt gleich, er hat noch leichte Startschwürigkeiten. Und er kommt. Er kommt hier angeflogen. Wie ein... Okay. Okay, okay, okay. Erster Fehler, jetzt kommen wir auf den Second-First-Trial. So, er ist wieder bereit und, ja, go! Okay, so bleibt ein bisschen nicht rum. Wann, geht's? Okay. Okay. Er hat's geschafft. Also, er hat's geschafft und jetzt bin ich dran. So, der Marco, der muss jetzt, schau, da einfahren. So, da um mich, so auf mich, auf die Städte, auf die Städte, da um mich. Dann muss er so schnell, da um, über die, über die Wasserleitung, wenn ich das so will, drüber springen. Dann Full Gas, da oben, und da oben springen. Und mindestens, er muss bis zum geraden unten springen. Also, Glück. Oh, der Marco ist bereit und der Funk ist auch. Go! So. Ah, ich hab mich schwer sagen. Jetzt! Ja! So. Ja. 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 War das jetzt, oder? Ja. 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 Das war jetzt, glaube ich, nicht. Dann gehen wir ganz runter. Ja, du musst es schaffen. Gim! Ich muss den fetten Bandi abmachen. Das war aber nicht so ganz. Also, einen anderen Versuch. Da merken wir, dass wir bereit sind. Das ist ein fetten Versuch. Ja! Ja! Da merken wir, dass du geschafft hast. Und bis gleich. Wir sehen uns dann bei der nächsten Challenge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.